Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Boot-Rennen. Wir haben hier zweimal das Google Nexus 5. Beide haben die gleiche Android-Version, beide haben genau das gleiche Zeug drauf gespeichert. Aber wir haben hier einmal weiß und einmal schwarz, beides 16 GB. Wir starten unseren Rennvergleich, indem wir sie runterfahren. Und zwar in 3, 2, 1, go! Na, okay, nochmal. 3, 2, 1, go! So, und, 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 schwarz gegen weiß. Schwarz hat hier leicht den Vorsprung gehabt, aber wie sieht es jetzt im richtigen Rennen aus? Wir starten 3, 2, 1, und go! Go, 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 und, 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 uh! Beide Geräte haben in genau dem gleichen Moment vibriert und das Google-Logo gezeigt. Das ist mal sehr schön. Und, ah, schwarz zieht hier mal wieder kurz vor dem weißen weg. Das ist sehr, sehr, sehr schade. Ich dachte, ich bekomme hier mal gerade mit den schönen Nexus-Animationen ein synchrones Hochfahren-Animationsding hin. Aber, uh, sehr schön. Also, äh, schwarz zieht hier mal deutlich die weiße Version ab. Klar, das kann viele Gründe haben. Aber wir machen es einfach pauschal und auf Bildniveau und sagen, schwarz schlägt weiß. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss! 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 Tschüss!